Herzlich willkommen zum täglichen Videostrategie-Täger des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Montag, den 7. Februar um 11.10 Uhr. Der DAX hat die Woche und den Tag heute recht freundlich begonnen. Wir wären dennoch an dieser Stelle sehr vorsichtig mit größeren neuen Investments. Wir erwarten noch für die nächsten Wochen eine gesteigerte Volatilität. Das heißt, dass wir auch noch mal unter die Marke von 7.100 fallen werden. Das heißt, die Entwicklung ist sehr freundlich und wir werden in diesem Jahr auch neue Höchststände im DAX erreichen und insgesamt sind die Umfeldfaktoren auch sehr gut. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Aber der Markt ist auch klar überkauft, sodass man für die nächsten Wochen mit einem erhöhten Risiko rechnen muss. Und wer sein Geld nicht gefährden möchte, der sollte jetzt nicht im großen Umfang investieren. Wir sind sehr gut investiert. Wir haben im Moment eine Liquiditätsquote von 15%. Wir haben die im letzten Frankfurter Börsenbrief von 1% auf 15% angehoben, weil uns die Risiken doch gestiegen erscheinen. Gerade auch nach den Vorgängen in Nordafrika, in Ägypten. Wir gehen davon aus, dass sich Ägypten jetzt positiv entwickeln wird in den nächsten Tagen, aber dass der ein oder andere Staat in der Region auch noch mit ähnlichen Turbulenzen zu kämpfen haben wird. Und das bedeutet, dass hier ein größeres Risiko für die Aktienmärkte besteht. Das heißt, bitte nicht mit Vollgas jetzt in diese Märkte reingehen, sondern eher defensiv, eher vorsichtig. Bestehende Positionen kann man halten, mit Stopps absichern, aber keinen großen Neuengagement zu der jetzigen Zeit. In den USA haben wir von der fundamentalen Seite am Freitag eine Enttäuschung gesehen. 34.000 neue Jobs wurden geschaffen. 147.000 war die Schätzung. Die Entschuldigung dafür hieß dann strenger Winter, wie das häufig so ist. Und das habe die Arbeitsmarktzahlen verzerrt. Allerdings waren genau diese Faktoren auch eingegangen in die Schätzungen von 147.000 und die wurden ja nun doch weitlich verfehlt. Nichtsdestoweniger sind wir für die USA noch sehr optimistisch, gehen davon aus, dass die USA die meisten Märkte in der Welt, zumindest bei den etablierten Märkten, outperformen wird, auch die Emerging Markets. Aber hier haben wir doch auch wieder einen Dämpfer, auch ein zusätzliches Risiko. Und wir möchten hier nicht den Partypuber geben und zu viel Salz in die Suppe streuen und den Wein verwässern. Aber wir gehen davon aus, dass man diese Risiken doch gewahr werden muss und dass man hier nicht übereilt mit großen Investments am Start sein sollte. Diesmal als grundsätzliche Leitlinie zu unseren Empfehlungen in den letzten Wochen. Schauen wir heute mal auf ein paar Einzeltitel. Die Adidas sticht hier besonders hervor. Herbert Heiner hatte sich hier in einem Interview geäußert, dass man weiter signifikant wachsen werde und nach einem starken Jahr 2010 und dass man insbesondere im Markt China die Umsätze auf eine Milliarde Euro schrauben werde und bei Reebok die Wende geschafft sei. China ist auch ein wichtiges Thema bei Daimler. Man sieht hier sehr ermutigende Umsätze im Januar. Bei VW hat man sich sogar dahingehend geäußert, dass man die Zahl der Beschäftigten von 250.000 auf 290.000 erhöhen will und hier insbesondere auch in China zulegen will. Aber Daimler macht hier im Moment augenblicklich noch den besseren Eindruck. Die haben nämlich weltweit große Kooperationen und sind auch in Sachen Forschung ein gutes Stück weiter als die meisten anderen Automobilhersteller aus Europa. Schauen wir kurz auf Selesio. Die haben ihr Ziel bestätigt, bis 2015 die Erträge auf eine Milliarde Euro zu steigern. Schauen wir zuletzt noch von den Unternehmen auf die Solar World. Hier sehen wir eine Umsatzentwicklung von 1,1 auf 1,31 Milliarden und der Gewinn hat sich auch sehr ordentlich von 59 auf 89 Millionen entwickelt. Das macht wieder neue Hoffnung für den Solarmarkt, den wir ja am Ende des letzten Jahres, im letzten Quartal sehr kritisch gesehen haben. Aber Solar World kann man sich jetzt auch wieder anschauen. Letzte Bemerkung von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Nagel hat sich dahingehend geäußert, dass das High-Frequency-Trading limitiert werden sollte. Und daran sieht man mal wieder, dass populistische Äußerungen auch im eigentlich seriösen Gremium des Bundesbankdirektoriums durchaus verbreitet sind. Denn wir alle wissen, und wir hatten das im Frankfurter Börsenbrief ja im letzten Jahr ausführlich beleutet, dass trotz aller negativen Seiten die High-Frequency-Trading für Liquidität am Markt sorgt und dafür hilft, dass eben keine erratischen Kursbewegungen stattfinden, sondern dass Kursbewegungen ausgeglichen werden und dass die Börse nicht ganz so verrückt spielt und nicht ganz so viele Pleiten verursacht. Aber bei Joachim Nagel ist das offenbar kein Grund, hier nicht populistisch einschreiten zu wollen. Das ist natürlich erstmal eine negative Nachricht für die Börse, aber ich denke, man wird ihn da anfangen und das wird eine Einzelmeinung bleiben. Zusammengefasst, die Märkte bieten im Moment ein gestiegenes Risiko bei unverändert recht guten Gewinnchancen. Wir würden für die nächsten Wochen erstmal zur Zurückhaltung mahnen, weil wir denken, dass für die nächsten Tage auch nochmal der ein oder andere stärkere Rückschlag ist. Das heißt, Liquidität bitte erst einmal weiter bereithalten. Das waren die Hinweise für heute. Ich melde mich morgen wieder mit einer Einschätzung und mit den aktuellsten Tendenzen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Bernhard Klensing. Bis dahin, alles Gute.